Die 1. Luftlandedivision war die 9. Division und einzige Luftlandedivision des Heeres der Bundeswehr. Sitz des Stabes war zuletzt die Eichelbergkaserne in Bruchsal. Truppenteile der Brigaden waren im gesamten Bundesgebiet desloziert. Die Aufgaben der Division und die Führung der Luftlandebrigaden wurden 1994 vom Austeilen der aufgelösten 4. Panzergrenadierdivision und der 1. Luftlandedivision neu aufgestellten Kommando Luftbewegliche Kräfte 4. Division in Regensburg übernommen. Damit war die Division de facto aufgelöst. Das Kommando Luftbewegliche Kräfte war wiederum Keimzelle der Division spezielle Operationen, aus der am 1. Januar 2014 die Division Schnelle Kräfte hervorging, welche heute die luftlandefähigen Kräfte der Bundeswehr bündelt. Verbandsabzeichen Das Verbandsabzeichen war, wie bei einer Division üblich, in eine silbern-schwarze Kordel eingefasst und zeigte einen entfalteten Fallschirm in Schattenfarbe auf blauem Grund mit eingehängtem, nach unten deutenden Pfeil. Die Symbolik bezog sich auf die Luftlandeaufgaben des Verbandes und taucht vereinfacht auch in Form des taktischen Zeichens der NATO-Fallschirmjägertruppen auf. Beschreibung Der Verband bestand aus luftbeweglicher, Panzerabwehrstarker Infanterie und luftgestützter Feuerkraft und Kampfunterstützung im Verbund mit Fallschirmjägern und Heeresfliegern. Die Division konnte unabhängig von Geländehindernissen eingesetzt werden. Die Luftbeweglichkeit verminderten die Verwundbarkeit der Division im Vergleich zu den übrigen Heeresdivisionen mit ihren großen Marschkolonnen. Die Stärken waren insbesondere schneller Aufmarsch, Range Schwerpunktverlagerung und Schwerpunktbildung, Unabhängigkeit vom Gelände, große Flexibilität in Krisenlagen, operative Reserve und Auffangen durch gebrochener operativer Feindkräfte. Punkt. Auftrag der 1. Luftlandedivision war schnell bewegliche Verfügungsstruppe der Kursverstärkung der Panzerabwehr an bedrohten Abschnitten, Auffangen ein oder durch gebrochene Feindkräfte, Schließen von Lücken, Schutzoffener Flanken, Kampf in Ortschaften, Ballungsräumen und Waldgebieten, Jagdkampf, Geschichte, Heeresstrukturie 1957 wurde die 1. Luftlandedivision aus Teilen der zuvor gebildeten 106. Luftlandebrigade aufgestellt, Sitz des Stabes wurde Esslingen am Neckar, die Division wurde dem 2. Korb zugeordnet. Die Division wurde 1958 der NATO unterstellt. Anfänglich unterstanden der Division Stab- und Stabskompanie, Luftlandefernmeldekompanie 9, Luftlandepanzeraufklärungskompanie 9, Luftlandekampfgruppe A9 und Luftlandekampfgruppe B9, Luftlandejägerbataillon 9, Luftlandejägerbataillon 19, Luftlandejägerbataillon 29. Als Divisionsunterstützungstruppen Luftlandepanzerjägerbataillon 9, Luftlandepionierkompanie 9, Luftlandeflugabwehrartilleriebataillon 9, Luftlandeartilleriebataillon 9. Heeresstruktur 2 Mit der Einnahme der Heeresstruktur 2 1959 wurde die Luftlandekampfgruppen A9 in die Fallschirmjägerbrigade 25 und die B9 in die Fallschirmjägerbrigade 26 umbenannt. Dieser unterstanden das Fallschirmjägerbataillon 252, das Fallschirmjägerbataillon 261 und das Fallschirmjägerbataillon 291 sowie das Fallschirmartilleriebataillon 255 Munaheide. Als Divisionsstruppen wurden das Luftlandefernmeldebataillon 9, das Luftlandepionierbataillon 9, die Heeresfliegerstaffel 9, das Heeresmusikkurs 9, das Raketenartilleriebataillon 92 in Großengstingen und das Luftlandeflugabwehrbataillon 9 aufgestellt. Der Divisionsstab wurde 1964 nach Bruchsal verlegt. Zur Einnahme der Heeresstruktur 3 wird 1970 die Fallschirmjägerbrigade 27 als dritte Brigade der Division in Lippstadt aufgestellt. 1971 werden die Fallschirmjägerbrigaden in Luftlandebrigaden umbenannt. Die Division gliederte sich nach Einnahme der Heeresstruktur IV wie folgt. Luftlandebrigade 25, Luftlandebrigade 26, Luftlandebrigade 27, Luftlandeartillerieregiment 9, Luftlandeartilleriebatterie 9, Luftlandefernmeldelehrbataillon 9, Luftlandefernmeldekompanie 9 AMF, Heeresmusikkurs 9, Luftlandelehr- und Versuchskompanie 909. In der Heeresstruktur 5 wurde die Luftlandebrigade 27 aus der 1. Luftlandedivision herausgelöst und 1991 dem I-Korps direkt unterstellt. 1993 fusionierte sie mit der Panzergrenadierbrigade 31 zur Luftlandebrigade 31. 1994 erfolgte die Auflösung der 1. Luftlandedivision. Die Aufgaben der Division und die Führung der Luftlandebrigaden wurden 1994 von dem neu aufgestellten Kommando Luftbewegliche Kräfte 4. Division in Regensburg übernommen. Das aus Teilen der ebenfalls aufgelösten 4. Panzergrenadierdivision und der 1. Luftlandedivision aufgestellt wurde. Diesem unterstand die Luftlandefernmeldekompanie 9, die 2003 in Luftlandefernmeldekompanie 200 umbenannt und 2007 zusammen mit der Luftlandefernmeldekompanie 100 aufgelöst wurde sowie den Stamm für das neu aufgestellte Luftlandefernmeldebataillon DS so bildete. Das Luftlandefernmeldelehrbataillon 9 wurde aufgelöst der Lehrauftrag vom Fernmeldebataillon der 1. Gebirgsdivision übernommen. Das mit der aktiven Luftlandeartilleriebatterie 9 teilaktive Luftlandeartillerieregiment 9 wurde 1996 aufgelöst. Die Luftlandeartilleriebatterie war seit den 1960er Jahren mit der luftverlastbaren Gebirgshaubitzenmodell 56 ausgerüstet und wurde noch vor der Auflösung auf das LAS umgerüstet. Das Heeresmusikkurs 9 wechselte zum Führungsunterstützungsregiment 50 der 10. Panzerdivision und wurde aufgelöst. Einsätze 1961 wurden Teile der Division zur humanitären Hilfe nach dem Erdbeben von Angadien 1960 in Marokko eingesetzt. 1991 erfolgte der Einsatz der Division im Iran zur Koordinierung aller Hilfsmaßnahmen der Bundeswehr für die kurdischen Flüchtlinge im Rahmen der Operation Kurdenhilfe. Die Division führte die für den Einsatz zusammengestellten Kräfte der Luftwaffe und des Heeres. Fahlschirmjäger der Division stellten unter Oberst Helmut Haaf ab März 1993 bei United Nations Operation in Somalia 2 im Deutschen Unterstützungsverband Somalia die Sicherungstruppenteile Kommandeure.